Hallo liebe MSV Fans, hier ist euer Nico Brettschneider. Ich habe in einem FIFA-Turnier knapp 1000 Euro gewonnen. Das Turnier wurde von B360 und Benji ausgestellt und war eine Charity-Aktion. Dieses Geld werde ich an die Zepa Kids spenden. Da die das Geld brauchen und MSV Supporter sind, war das eigentlich keine Überlegung, dass ich das Geld dahin spenden werde. Wenn ihr das auch gerne machen wollt, supportet sie. In dem Sinne, bleibt gesund, euer Bretti. Vielen Dank.